Ja, sieht gut aus. Boah, halt so ein Fass nochmal da oben. Der ist da. So ein Ausstandfass. So, haben wir 75, dann nur noch eins. Bisschen Auswahl haben wir noch. Deshalb brauchen wir etwas, was wir jetzt machen. Zapfanzack, nö. Ah, dass wir wenigstens Bier haben, kommen. Gebt halt her. So. Damit die Sache mal vorangeht. Können wir es auch nochmal reinwerfen? Geht das? Das geht. Ja, will ich so kurz warten? Ist nicht gleich fertig. Ist ja der Prozess jetzt abbrechen. Das wäre scheiße. Wissen die halt nochmal einen Tag ohne auskommen, die Schweine. Ah, scheiß Alkoholiker da. Ja, weil da hat sich der Prozess jetzt abgebrochen und es ist kurz davor fertig zu sein. Ne, Mulde, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin nochmal aufgenommen. Was will ich denn tun? Ah, gut. Bevor wir jetzt hier rumstehen, nichts machen. Gehen wir kurz hoch. Äh, kann die nur draußen platziert werden? Tatsächlich? Okay. Ja, schön zu wissen, dass es auch dran stillt. Mann, das soll ich doch nicht machen, du Arschloch. So, raus aus dem Dings-Menü hier. Steine kann man da reintun. Äh, schön Eisen, ja, dass es mir damals ein Lehrer wird. Tasse, Metallgrub, ziemlich schwer, Eisenblech. Okay. Ja, aber auch schon mit reinstehen, wie du es mutieren könntest. Äh, Sekunde. Hier kann man sowas nicht herstellen. Ne. Muss man echt herkommen? Sekunde. Und. Dann machen. Oder kaufen halt. So ein Zapfteil nochmal, ne? Ach, jetzt verarsche ich mich doch nicht. Ich werde fertig. Jetzt. So. Gehen wir kurz hoch. Schmeiß noch mehr Bier rein. So. Kuppel, Kuppel. Also, auf der Lade. Ach so. Ja, ist egal. Lass mal so. Verkauft es ihnen einfach so, als hochwertiges Bier oder so. Keine Ahnung. Ah, kann man, ich muss es jetzt hier anschließen. Okay. Bier. Ach so, haben wir gar nicht vorbereitet. Mein Fehler. So. Ja, Sekunde, die haben geklägert. Will ich mich schon mal kurz ausrüstern? Komma. Ja. So. Haben wir auch noch Schmuddelsach? Ihr Schweinchen. Ah, okay. Man kann noch ein bisschen überputzen, oder wie? Komma. Sekunde. Hab's gut. So. Wie viel haben wir in 20 Uhr? Mach mal die an, da? Ja, ja. Deine Ahnung. Bisschen frisch vor. Sorry. Sag mal. Gleich, ich glaube, es hackt. Möbel in meinem Wischmacht. Die Dame, wir sind sie gern. Jo, kriegen sie, ne? Ich muss kurz sauber wischen. Ich glaube, 10% schneller rennen, war mir eigentlich nicht verkehrt. Wie cool ist das? Hä? So, komm gleich. Doch, man kann vorwischen. Das geht irgendwie. Sorry. Jupp, komme. Auch nochmal, da pöbelt wer. Ich glaube, es hackt langsam. Sag mal, schnitt's los. So, wir doch mal. Ach so, du wolltest ein Bier. Ja, ja, ja. Das meine ich, dass die Sonntagshofen, wo alle anderen geschlossen haben, und die eskalieren. Kann man vorwischen. Kann man vorwischen? So. Oh, ich glaube, ich habe ja einen Panner gehabt. Komme. Ach so, du willst Bier? Ja, 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 ja. Alles praktisch und nichts zu tun hat. Mal vor einem kurzen Augenblick und kurz die Tische vorwischen. Das ist gut. Oh, jetzt gehen wir ganz ruhig hier. Komm gleich. Kannst du mein Vorrat auffüllen? Ja, das ist offen zum Thema, wenn man kurz so eine freie Minute hat, ne? Ein Arsch. Als wenn es Bier leer geht, glaube ich, dann war es das für heute, ne? Ich sage es nur. Kleinen Säufer. So. Verzieh dich. Leute, das war's gleich, ne? Wenn ich das Läschen Bier jetzt zapfe und es vertickt, hilfst, dann haben wir es jetzt. Gut. Feierabend. Nehmen wir mal kurz noch durchwischen. Hier wischen. Ja, wisch doch. Sehr gut. Ja, ist Bier leer, war es das? Ne? Dann können wir morgens mal selber einkaufen gehen. Dann machen wir aus. Dann kriegt die ganze auch ihren restlichen Dings. Äh. So. Gut. Schlaf ins Zeit. Schlafi. Ja, wir müssen mal auch noch Caminos ist auch schlimm für uns, ne? Auch nicht doof. Ja, gib schon ein Körbchen. Ich kaufe dir sogar zwei. Einmal mit Wasser. Okay, gut. Einmal mit Wasser. Ich mach ja nur den rein, das wollen wir aufmachen. Im Grunde wird es wahrscheinlich sogar sinnvoll, da erst herzukommen. Äh, Maximum erreicht. So ein zweiter Wandelverkehr, da kommt noch her, kommen wir mit ein anderes Material erstellen, parallel. Äh, ja, easy, verstehe. So, so, äh, so, warte mal, kann ich das ernten? Nö. Okay. Warte mal, aber das ist doch, hä? Das kann man ernten. Sehr gut. So, äh, so, noch ein Stück. Und wir gehen in die Stadt und Fleisch kaufen und Fisch und so. Mal schauen, ob der auch die Fässer hat. Wenn er so ein Fass hat, würde ich halt zweimal... Äh, das werden noch mehr Getränke. Ich weiß auch, ob ich's mir dann anstellen soll. Hä? Steckt das nicht? Was für ne Voraussetzung? Können wir jetzt einen einstecken, hab' oder? Wir gehen kurz runter in den Keller, Sache einbunkern, na? Da ist ein Mensch schon da. So. So. Abweizen dabei. Gut. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Also mit Zufallsbestellung habe ich, wie gesagt, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Geh, Katze? Was brauche ich dafür? Lass mal jetzt so stehen, ist mir egal, wir gehen rüber. Brauchen Fleisch, brauchen wir scheinbar das Malzzeug vom Brauer, vielleicht noch ein Fass. Beinahe mal drei Getränke, ne? Das wird stressig. Fünf Gold, ach du Scheiße, haben wir noch mal so viel. Lagerhefe würde ich dann gerne noch mal nehmen. Einen Ofen brauchen wir eigentlich nicht, ne Presse auch nicht, ne Reife, was können wir herstellen. Reife Regal braucht man für das nette. Weinhefe, okay. Hallo, ja, ja, bla 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 bla. Oh, Lammfleisch. Boah, 3 Gold. Ach du Scheiße. Ja, dann gibt's bei Lammfleisch halt. Rind braucht man eigentlich auch nicht immer noch so weit. Hühnchen kann man noch machen. Küchen, da können wir auch noch rüberschneiden. Also den Ladies. Geschäft. Wir bräuchten... Bitterhopfen. 20 Stück. Das andere müssen wir mal gucken, was wir haben, was wir herstellen können. Die Frage ist ja, wie im Rezept ist so dann gesprungen. So, deswegen probieren wir das mit den Kartoffeln mal raus. Und Bratkartoffeln so auszumachen können, das ist natürlich episch. Hey, Oma! Ancora! Äh, die Suchleiste wäre ja auch nicht verkehrt gewesen, mehr so ein Stößel. Steinmetzbank. Ah, okay. Teddybärwandleuchter. So, ne. Katzenkorb ist 35. Ja, gut. Ein zweiter Napf, ne. Ein zweiter Napf. Aber bei, ne. Ein zweiter Napf. Ihr weißt, wo das Wasser steht. Fertig. Kerzenkaufen finde ich teuer. So. Die Musik hat mich jetzt ein schönes Biest, muss ich zugeben. Die Trigger hat voll schönes Biest. Wipes. Äh, so. Ups, ne. So. 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 Dann gießen. Ich hoffe, wir finden irgendwer oder gegen eine bessere Gießkarte. Das war echt top. Ab noch ein Stück. Äh, ich will für fünf noch eine Reihe machen kurz. Und graben. Dann hier. Und gießen. Perfekt. So. Dann kurz hier. Dann brauchen wir dich. Ich hab noch zwei. Äh, müssen wir doch nur kurz was anlegen. Was fehlt an Feld? Lol. Ja, egal. Mal. Von dem Teezeuge im Grunde. Ey. Vor allem müssen wir anfangen echt vorrat zu grinden. Das heißt mal, von dem Teezeuge da noch einiges, ne. A-J-J-O. Und dann bin ich mal. Das kann ich nicht näher bei Sonnen stellen. Warte mal. Ach so. Falsche Abteilung. Nein. Auch falsch. Wisst ihr, dass die Kisten ineinander greifen, wenn wir das einfach dann nicht irgendwo immer herziehen müssen oder Böntar haben müssen? Ne, das geht mir nicht mehr. Okay, schade. Einmal ein Kultweser. So, Deko-Modus raus. So, Kiste. Äh, hier. Steine. Wasser einmal kann man nie genügen, gerade. Und die Tische putzen. Ah, das geht. Was sind die dann instant clean, wenn man... Ne, sind sie net. Okay. So, Katze, du kriegst deinen Schlaf gemacht. Hier hin. Wir sind mir ganz sicher. Ja, Bett machen. Kartoffeln wollten wir noch anpflanzen. Das passt. Das passt. Passt. Mal gucken, wie wir das bittere Bier da herstellen. Gut. Wie können wir... Da brauchen wir Hackfleisch in den Innern rein. Was können wir sonst noch machen? Was können wir sonst noch machen? Da brauchen wir Schalentiere. Da brauchen wir einen Fisch. Können wir eigentlich noch kaufen. Fleischbrühe. Oh, ich habe auch fest und die Halterung wird da, ne? Ach so, kannst du streicheln. Also. Noch haben wir zwei... Äh, haben wir net. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir in der Reihe einfach fünf, so. 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 Perfekt. Klasse, dann haben wir da ja auch alles erst heute. Das passt. Noch mal kurz Fischi. Hm, der war oben und links. Bei der Schmiede müssen wir auch mal noch vorbeischauen, was wir bei der machen können. Ja, scheitert euch ruhig, ihr Fuddeln. Ja, ja, Geschäft. So. Haben wir das ganze Kohle für Eisen ausgegeben. Ich habe ein bisschen, das ist Befürchtung, aber weiteres Gedenk herstellen, das wird, das wird echt haarig, Leute. Zeitliche Aspekte, aber wir können so viel gar nicht tragen. Das war eigentlich nur am Hin- und Herrennen. Das ist scheiße. So, dann gucken wir mal, was wir da kaufen können. Ja, bla, bla, Geschäft. Rauchergefäß. Räuchergefäß. Ah, kürzenleichter Schmelzofen. Ah, ja. Schmelzofen im Zweiten wäre nicht verkehrt. Gut. Können wir was anderes kaufen? Eisenbahner oder so wahrscheinlich. Okay, Hammer. Okay, dann gehen wir bei ihm später wahrscheinlich Eisenwerkzeuge her. Müssen wir das Material bringen. Oder können wir vielleicht selber erstellen, ob das fast weniger glaubt. Gut, jetzt werden wir uns jetzt noch zu Hause drum kümmern. Brauch ich mal Braufässer. Weil ja, da muss eine schädige Produktion jetzt laufen. So. Dafür brauchen wir... Was fehlt? Nägel. 15 Stück. Ach, du Scheiße. So, dann sind wir ganz weit in der Ofen, weil, äh, ne? Man merkt's grad. Man sieht's grad. So. So. Und wir fällen. So. Und wir fällen. So. Äh, weiter geht's. Ja, ich will jetzt Essen hinstellen. Und das wäre die Legende. Kann das mal ja nicht, äh, umwageln, wenn ich hier an Bäume füllen bin. Habt doch nicht unrecht. Sonst noch ein Set zu legen? Nö, nö. Ich glaub, da wären echt eingestellte, äh, vorteilhaft grad nur noch. So, rein mit dir. Äh, packte Fisch. Graues Malz. Ach so. So. Fisch kann rein, das brauchen wir noch. Hummer kann rein. Kiste voll. Äh, wenn wir uns mal noch mal ne Kiste brauchen? Mh, unten ist voll. Du weißt doch, du oben was zum Schlafen, du Fuddel. Ich hab mir ne Randebestimmung geschickt, hab ich das jetzt nicht. Ach so, ich brauch aber noch mal ne Halterung. Jetzt hier. Eisenbleche. So. Äh, äh, bretter Hammer. Danke. Äh, das ist ne Katastrophe. Also der Knopf ist unverzichtbar. Was haben wir hier? Äh, äh, Eisenbleche 6 Stück. Hat er im Grunde gleich. Äh, ist egal. Dann braucht der 11 noch. Haben wir schon fast. Eins haben wir schon. Ja, der Produktiv ist ja gerade. Er braucht zu lang. Ach so, das war wegen der Halterung. Ja, ja, ja. Wir gehen kurz runter. Da. Man merkt, man muss viel aufpassen. Yeah. Ja. Öffnen, äh. Oh. Erste ist fertig. Raus mit. Nächstes rein. Er merkt, ne? Er merkt, ne? Er ist hier. Ist voll. Der Mano ist am Start. So. Fischbrühe. Nee, ich würd gern das herstellen. Mach die Tür auf. Scheinebrühe, Schweine, Steak. Da ist das. Ja, alles okay. Okay. Hast du A gemacht? Noch auf? Habe ich noch wo gedrückt. So, dann machen wir gleich mal eines gemütlich. Oh, ist es zu heiß? Okay. Dann halt nett. Okay, dir Bier. Bier. Würde mich freuen, wenn wir noch mehr tragen können zukünftig. Oh, dann haben wir so viel. Dann kommen wir hier nämlich. Na, so ein Ruf. Geh langsam voran. Ich bin mal ganz ruhig. So. Genau. Oh, warte. Da fehlt ne Kerze. Oh, warte. Da fehlt ne Kerze. So. Ich muss mich noch kurz putzen. Jetzt sieht es aus wie Sau. Sekunde, hier ist dreckig. Jetzt können wir weitermachen. Tü-tü-tü-tü. Hä? Sind wir doch. So, kurz mal drüberwischen. Einfach. Prophylaktisch. So. Und dann mal ein bisschen Luft haben. Mach mich auch sauber. Und hier können wir sauber. Na, würde ich einmal sagen. Jetzt aber vorsichtig hier. Mit irgendeinem Pferd. Jetzt können wir hier einen kleinen Pferd. Kein Problem. Und der. So, ich wisch nochmal durch. Skattiert ruhig. Der ist auch am Tisch gebracht. So ist es nicht. Ne? Aber danke, dass die Vogel gekommen sind. Was ist denn schon jetzt zu Bruch gegangen? Du? Ich glaub's nicht. 11.40 Uhr. Ja, ja. Komm mal. Was wollen Sie? Hallo? Wo lauf denn du hin? Ja. Wir gehen mal kurz durchwischen wieder. Danke. Okay. Ich hab doch hier ein Bier. Wart mich doch nicht. Komme. Komme. Wie wisst du wieder was das heißt, ne? Es ist wie ein Werk. Was ist das für heute? Der kleine Säufer. Sekunde muss ich erstmal wischen. Ja. 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 So, der Le. Homo. Gut. Hat er auch. Kann ich nochmal durchwischen. Wollen die da hinten wieder was? Wenn ich schon mal da bin, wir stehen mal kurz durch, ne? Ja. Muss ja alles sauber sein. Hier auch nochmal. So, sehr schön. Sie wollen Bier. Sie wollen Bier. Sekunde. Kriegen sie. Leute, es ist ja wieder Feierabend, ne? Ich soff mir hier das ganze Bier leer. Sekunde. Oh nein. Oh nein. Oh, 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 oh. Weg hier. Verpiss dich. So, das letzte Bier. Wenn es weg ist, ist es weg, ne? Schichtverhalter. Sag mal. Homo. Äh, hab nix mehr. Homo. Ei, 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 du. Nur am Putzen. So. Ah, dankeschön. Ja, ich schufe fünf. Alter. Leute. Ich fühle es gerade echt, no? Hygieneinräume hier alles, das ganze Büffel nochmal ab. Ich bin angestellt, da haben wir uns nur noch ein Level davon entfernt. Also eine wohl bedienen, das wäre top. Wie viele Meeresfrüchte? Bitte. Graues Malz. Mal schauen, wie man das herstellt. Ja, Katze, du hast doch dein Bettchen, du Vudel. So, schlafen. Gute Nacht. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich noch mal dabei sein. Like, klart, kommentieren, Abo nicht vergessen. Ich tue jetzt auch mal das Knutschbein von lauter kochen. Hier kriegst du echt Hunger, du. Und du bist zum nächsten Mal bei Traveler's Rest. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.